Uns ist wichtig, dass die Milch, die wir in die nahe Käserei bringen, zu Emmentalern verarbeitet wird. Das gibt ein regionales Produkt, das man dahinterstehen kann. Der Käserei-Wag ist relativ kurz, also mehr als 500 m vire Käse. Nach der Richtlinie AOP bringen wir die Milch einmal im Tag in die Käserei. Sie ist angekühlt und wird dann nach dem Emmentaler AOP verarbeitet. Regional produziert bedeutet für mich, nicht weit vom Betrieb fort, möglichst viele, die du selbst produzierst, auch selbst verwerten, und dann nach wie in die Käserei liefern können. Ich bin der Aksu Marco. Ich bin der Aksu Urs. Wir sind Milchproduzenten für die Emmentaler AOP. und dann nach wie in die Käserei. Und dann nach wie in die Käserei. Ich bin der Aksu Marco. Ich bin der Aksu Marco. Ich bin der Aksu Marco.